Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Up to Tax. Heute schauen wir uns das Thema des Abzugsverbots von Managergehältern an. Konkret ein Fall vom BfG, wo es um die Frage der Abzugsfähigkeit von Diensterfindungsprämien gegangen ist. Ganz allgemein, was verstehen wir unter dem Abzugsverbot für Managergehälter. Das Ertragsteuerrecht gibt uns vor, dass Entgelte von mehr als 500.000 Euro pro Jahr pro Dienstnehmer oder pro Mitarbeiter steuerlich nicht abzugfähig sind. In dem Pfarrwasser hat es eben einen BfG-Fall gegeben und zwar war der so gelagert, dass ein Dienstgeber ein Patent angemeldet hat und in der Patentschrift war der Dienstnehmer als Erfinder genannt. Dieser Dienstnehmer hat aber eigentlich gar nichts mit Erfindungen am Hut gehabt. Er hat eigentlich eine andere Tätigkeit gehabt in dem Unternehmen. Im Dienstvertrag war nichts geregelt, dass es seine Aufgabe gewesen wäre zu forschen. Es hat auch keine Nebenvereinbarungen gegeben. Also das war eigentlich so eine Zufallserfindung, die da entstanden ist. Nichtsdestotrotz gibt das Patentgesetz in diesen Fällen vor, dass der Dienstnehmer entsprechend zu entschädigen ist und er gibt auch die Höhe vor. Auf dieser Grundlage hat der Dienstnehmer einen Entschädigungsanspruch von ungefähr 175.000 Euro für das betreffende Wirtschaftsjahr gehabt. Dieser Dienstnehmer hat aber auch schon entsprechend hohe laufende Bezüge gehabt in dem Jahr und hat diese Grenze von 500.000 Euro schon entsprechend überschritten gehabt. Was ist dann passiert? Das Finanzamt hat diese Diensterfindungsprämie, also die 175.000 Euro, nicht anerkannt, weil sie gesagt hat, naja, die 500.000 Euro sind schon ausgeschöpft und alles darüber hinaus ist nicht abzugsfähig. Der Dienstnehmer hat das natürlich anders gesehen und somit ist der Fall eben zum BfG gewandert und er hat das entscheiden dürfen. Der BfG hat aber die Beschwerde abgewiesen vom Unternehmen und hat eigentlich die Umstände und die Argumente, die der Steuerpflichtige oder besser gesagt der Dienstgeber ins Treffen geführt hat, eigentlich für das nicht bedeutsam empfunden. Zum Beispiel den Umstand, dass es eben keine vertragliche Grundlage gegeben hat für diese Erfindung oder den Umstand, dass es eigentlich einen gesetzlichen Vergütungsanspruch gibt für derartige Diensterfindungen und der Dienstgeber sich da sozusagen gar nicht wehren kann. Was hat er aber für relevant empfunden oder wie hat er das entschieden? Er hat gesagt, naja, ein wesentliches Element ist die Frage, besteht eine Kausalität zwischen dem Entgelt, das gezahlt wird und dem Dienstverhältnis. Und bei Diensterfindungsprämien hat er es an dem Umstand festgemacht, sind für die Erfindungen die Ressourcen des Unternehmens genutzt worden. Falls ja, dann besteht ein kausaler Zusammenhang und die Diensterfindung ist im Rahmen des Arbeitsverhältnisses entstanden und somit auch diese Diensterfindungsprämie nicht abzugsfähig, wenn eben die 500.000 Euro Grenze überschritten wurde. Was kann man jetzt für die Praxis mitnehmen? Was man bedenken muss ist, dass der BfG im konkreten Fall die Revision zugelassen hat, weil es eben zu diesem konkreten Sachverhalt nur keine höchstgerichtliche Rechtsprechung gibt. Das bedeutet, zukünftig kann das Thema durchaus beim VWGH landen und da kann natürlich der VWGH auch anders entscheiden. Aber was eigentlich viel wesentlicher ist für die Praxis, ist, dass das BfG Erkenntnis wieder einmal zeigt, dass dieser Entgeltbegriff für das Abzugsverbot von Managergehälter eigentlich sehr weit auszulegen ist oder weit zu lesen ist und man bei Vertragsgestaltungen aber auch im Rahmen der laufenden Steuererklärungen oder der Stellung der Steuererklärungen genau auf diesem Punkt vielleicht ein wachsames Auge legen sollte und zu checken, ob man wirklich alle Sachverhalte berücksichtigt hat oder ob es dort oder da noch Themen gibt, die wir uns gemeinsam gerne im Detail anschauen sollten. Also bei Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Wir würden uns freuen über einen kurzen Anruf, E-Mail, Kommentar und natürlich auch ein Like. Wenn nicht überhaupt kein Thema, sehen wir uns das nächste Mal bei der nächsten Folge von Up to Tax. Vielen Dank! Das war natürlich nicht unsere einzige Folge aus unserer Reihe Up to Tax. Auf der linken Seite findet ihr eine Folge von Lukas Bernwieser, wo er sich mit dem Thema Mantelkauf und Verlustverwertung beschäftigt und auf der rechten Seite unsere aktuelle Folge.